Das Ledermausoleum Das Sonnenlicht schien, so wie es durch die hohen Fenster fiel, gleich seine Leuchtkraft einzubüßen, sich mutlos zu zerstreuen und in den endlosen Korridoren zu verlieren. Die Abwesenheit von Stimmengewirr, wie er es aus der Stadt gewohnt war, fiel ihm erstmals unangenehm auf. Hier lebte nur der Staub, der mit den Luftströmen zu einer melancholischen Musik tanzte. Echo betrat fröstelnd die große Halle mit den Käfigen. Dieses Gefängnis für Gefängnisse voller langer, dünner Schatten, welche die Gitterstäbe warfen. Mit eingezogenem Kopfliefer zwischen ihnen hindurch. Die Käfige waren leer, doch jeder von ihnen erzählte die Geschichte eines von Eispins Opfern, und keiner hatte ein gutes Ende. In einigen Holzverhauen steckten noch Zähne und Krallen, die von verzweifelten Fluchtversuchen kündeten, und an manchen Eisengittern klebte getrocknetes Blut. Sie alle, ob kraftstrotzender Bär oder farbenfroher Paradiesvogel, ob Schlange oder Iltis, Ubofant oder Zamingo, waren ihren letzten Weg über den Fettkessel und den Eispinschen-Konservator gegangen und ruhten nun auf einen Duft reduziert und eingeschlossen in Fett im Keller des Anwesens. Echo konnte sich keinen schlimmeren Ort vorstellen. Alles hier erinnerte an Tod. Aber dennoch hatte er Hunger, auch wenn er sich beim Einschlafen geschworen hatte, die nächsten drei Tage nichts zu essen. Jetzt waren sämtliche Gänge verdaut, und Iispins opulentes Menü hatte seinen Magen so mächtig gedehnt, dass dieser ihm jetzt leerer vorkam als je zuvor. Echo begriff, dass Hunger mit einem Fastenmagen erheblich besser zu ertragen war. »Ah, da ist ja mein Naschkretzchen«, rief Schrecksenmeister Eispin aufgeräumt, als Echo zaghaft in das Laboratorium geschlichen kam. Er hantierte an einer alchemistischen Waage, auf der er mit winzigen Bleigewichten ein goldenes Pulver auswog. »Gut geschlafen. Wie wär's mit einem kräftigen Frühstück?« »Danke der Nachfrage«, antwortete Echo, »ich habe ausgezeichnet geschlafen, und ich verspüre tatsächlich ein gewisses Hungergefühl, trotz des üppigen Gelages gestern.« »Ach, was Gelage«, winkte Eispin ab, »das war gar nichts, nur eine Overtüre, ein paar Vorspeisen.« Echo strich verschüchtert durch das Laboratorium. Im Fettkessel verkochte ein großer Vogel, dessen verkrümmter Krallenfuß aus der blubbernden Brühe herausragte. »Das ist ein Dododo«, erläuterte Eispin, als er das Krätzchen vor dem Fettkessel hocken sah. »Bezw. Das war ein Dododo. Der letzte seiner Art, fürchte ich.« »Vielleicht bin ich auch der letzte meiner Art«, sagte Echo leise, während er sich von dem schrecklichen Anblick abwandte. »Das ist durchaus möglich«, rief Eispin, »durchaus möglich«. Echo begann, Eispins Natur zu begreifen. Es kam dem Schrecksenmeister gar nicht in den Sinn, dass er mit seinen kaltherzigen Bemerkungen die Gefühle seines Gegenübers verletzte. Die Gefühle seines Gegenübers waren ihm vollkommen gleichgültig. Er sprach einfach nur aus, was er dachte, egal wie abscheulich es war. Eispin machte ein paar Eintragungen in ein Notizbuch, fing dabei an zu murmeln und betete schließlich eine alchemistische Formel nach der anderen herunter, worüber er Echo komplett zu vergessen schien. Der verharrte eine Weile höflich schweigend, um die Konzentration seines Gastgebers nicht zu zerstreuen. Plötzlich aber knurrte sein kleiner Magen so laut, dass es im ganzen Laboratorium zu hören war, wodurch Eispin aus seiner Litanei aufschreckte. Er sah zu Echo herüber. »Entschuldige bitte«, rief er, »die Arbeit, ich habe heute einiges aufzuholen, deswegen, hör zu, wie wäre es, wenn du dich beim Frühstück selbst bedienst? Du musst dich nur aufs Dach begeben, wo alles zu deinem Wohlbefinden arrangiert ist.« »Aufs Dach?«, fragte Echo. »Das Wetter ist schön, die Luft ist gesund, kratzen treiben sich doch so gerne auf Dächern rum, nicht wahr?« Echo nickte vorsichtig. »Ja«, sagte er. »Ich mag Dächer.« »Es gibt da nur eine Sache, eine Formalität.« »Die da wäre?« »Die Ledermäuse.« »Was ist mit denen?« Eispin heftete seinen Blick an die Decke des Laboratoriums. »Die Dachböden meines Hauses gehören in gewisser Weise den Ledermäusen. Ein stillschweigendes Abkommen. Ich lasse sie dort ungestört schlafen. Dafür erweisen sie mir gelegentlich... Gefälligkeiten.« »Du machst gerne Geschäfte mit Tieren?«, stellte Echo fest. »Wenn du aufs Dach willst,« fuhr Eispin fort, »musst du durch den Dach speichern, und das ist das Reich der Ledermäuse. Du musst ihr im Erlaubnis fragen, ihren Hohreizbereich durchqueren zu dürfen, das ist alles. Nur ein Akt des Respektes. Oder hast du Angst vor ihnen?« Nein, Echo hatte keine Angst vor Ledermäusen. Das waren doch nur Mäuse. Mäuse mit Flügeln, na und? Er fürchtete sich weder vor ihren verknitterten Fratzen, noch vor ihren Krallen und den spitzen Zähnen. Eine Kratze besaß selber Krallen und Zähne, wesentlich wirkungsvollere als die der fliegenden Mäuse. Sollten sie ruhig versuchen, sein Blut zu saugen, dann würde ihnen schon die Rangordnung zwischen Maus und Kratze klar machen. »Nein«, sagte Echo, »ich habe keine Angst.« Eispin zog an einer Kette aus Knochen, die von der Decke herabbaumete, worauf sich ein Bücherregal samt Gerümpel knarzend im Boden versenkte und den Blick auf eine ausgetretene alte Holztreppe freigab, die hinauf ins Dunkel führte. »Das ist der Weg zum Dachstuhl«, sagte er, »zum Ledermausoleum, wie ich es nenne. Es hat ein bisschen was von einem Grabmal. Es sind schon ziemlich morbide Viecher. Bestell ihnen schöne Grüße von mir.« Eispin wandte sich wieder seinem Pülverchen zu. »Du kannst dich mit ihnen unterhalten, ich leider nicht. Wie ich dich darum beneide, mit den Tieren reden zu können, wie viele Geheimnisse der Natur sie mir verraten könnten.« »Ja, an das würde ihm gefallen«, dachte Echo, »sich mit den Tieren zu unterhalten. Wahrscheinlich würde er sie auf Folterbänke spannen und sie nach Strich und Faden verhören mit Würgeeisen und Daumenschrauben.« »Geh ruhig rein«, rief Eispin. »Viel Spaß auf dem Dach.« Das Krätzchen stand jetzt vor dem Eingang und späte ins Dunkel. Das Holz der Treppe war uralt, wurmstichig und abgewetzt. Sie wirkte wenig einladend, jede einzelne Stufe war auf ihre eigene Art verbogen und abgetreten. Im schummrigen Licht laubte Echo klaffende Mäuler mit geborstenen Holzzähnen zu erkennen, böse, dreinblickende Augenlöcher und grimmige Treppengespenster. Er musste sich zwingen, die erste Stufe zu betreten. Sie knarzte bei der Berührung mit der Pfote gequält auf. »Geh ruhig«, rief Eispin, »sie hält meinen schweren Knochen stand, da brauchst du dir mit deinem Pflegegewicht keine Sorgen zu machen.« Zögerlich stieg Echo auf. Es roch tatsächlich wie in einer antiken Grabstätte, die man seit Ewigkeiten nicht mehr gelüftet hatte, nach tausend Jahre alter Luft und verfaulten Kadavern. Aber er kloppt, tapfer Stufe um Stufe, und je höher er stieg, desto finsterer und muffiger wurde es. Dazu gesellte sich bald ein stechender Geruch. Er hörte Eispin unten an der beinernen Strippe ziehen und das Regal knirschend an seine alte Stelle fahren. »Keine Angst«, rief der Schrecksmeister, »die beißen nur nachts.« Dann wurde es vollständig dunkel. Echos Kehle schnürte sich zu, und ein leichtes Zittern bemächtigte sich seiner Beine. Dennoch kletterte er tapfer weiter, die Treppe mit seinen Pfötchen vorsichtig ertastend. Er wollte diesen Akt des Respektes, wie Eispin ihn genannt hatte, so schnell wie möglich hinter sich bringen. Eigentlich war das eine Unverschämtheit, dass er sich mit ordinären Ledermäusen auseinanderzusetzen hatte, um an sein Essen zu kommen. Davon war nie die Rede gewesen. Der saure Gestank war jetzt so penetrant geworden, dass Echo würgen musste. »Ledermäuse«, rief er. Echo hatte nun die letzte Stufe erklommen, denn er konnte keine weiteren mehr ertasten. Der Boden unter seinen Pfoten fühlte sich uneben und steinig an. Über ihm schien sich eine hohe Decke zu wölben, so viel immerhin konnte er ausmachen bei dem wenigen Licht, das hier zur Verfügung stand. Nur einige Sonnenstrahlen stachen wie silberne Nadeln durch die dunkelgraue Kuppel. »Ledermäuse«, rief er noch einmal. »Gab es hier überhaupt welche? Oder war das alles nur ein schlechter Scherz von Eispin, der ihn auf die Probe stellen wollte? Aber Eispin machte ja keine Scherze. Echo stellte die Ohren auf. Doch, da war irgendwas. Irgendwer. Er hörte mehrmals ein Geräusch, das so klang, als würde ein uraltes Buch, dessen Seiten aneinander kleben, ganz langsam aufgeblättert. Hier ein Knistern, da ein Zischen, dort ein leises Fauchen. »Ledermäuse«, fragte er zum dritten Mal. »Du wiederholst dich«, antwortete eine dünne Stimme, scharf und feindselig aus dem Dunkel. »Ja, wir sind Ledermäuse. Was willst du von uns?« Echo überlegte nicht lange. »Schrecksenmeister Eispin, schickt mich. Ich muss aufs Dach. Dafür soll ich mir eure Erlaubnis holen.« »Ach ja?« Die Antwort klang lauernd und höhnisch zugleich. »Ja«, sagte Echo. Er entschied sich für ein forsches, selbstbewusstes Auftreten. Keine Schwäche zeigen. Frechheit siegt. »Aber wenn ich ehrlich sein soll«, fuhr er fort, »dann pfeife ich auf eure Erlaubnis. Ich gehe so oder so aufs Dach. Ich brauche dafür nicht das Einverständnis von irgendwelchen Mäusen.« »Wir sind keine Mäuse. Wir sind Ledermäuse.« »Mäuse, Ledermäuse, was ist der Unterschied?«, fragte Echo abfällig. »Wir können fliegen.« »Wir können beißen.« »Wir können Blut saugen.« Diesmal hatte Echo den Eindruck, dass es drei verschiedene Stimmen waren, die ihm antworteten. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, und er konnte immer mehr erkennen. Da oben bewegte sich etwas. Oder besser, da oben bewegte sich die ganze Decke. Zuerst dachte er, es seien die Häute von toten Tieren, durch die der Wind fuhr, hier von Eis bin zum Trocknen an Wäscheleinen aufgehängt, aber diese Bewegung war anderer, lebendigerer Natur. Lange, ledrige Flügel entfalteten sich, spitze Krallen wurden ausgefahren, Gebisse geleckt, böse kleine Augen starrten ihn aus dem Dunkel an. Wie eine einzige riesige Kreatur hingen die Vampire über ihm, dicht aneinander geschmiegt, allesamt mit dem Kopf nach unten. Echo hatte erwartet, dass es mindestens einige Dutzend, vielleicht sogar ein paar Hundert waren. Nun bemerkte er zu seinem Entsetzen, dass sich da Tausende an das Gebälk des Dachstuhls klammerten. Seine Augen hatten sich nun endgültig an die Lichtverhältnisse gewöhnt. Er konnte jetzt auch sehen, was die Ursache des scharfen Gestankes war, der ihn beinahe betäubte. Der harte, steinige Grund unter ihm war in Wahrheit vertrocknetes Ledermaus-Exkrement. Echo stand mit allen vier Pfoten mitten in der größten Kloake von ganz Litvaja. »Und was machst du, wenn wir dir die Erlaubnis verweigern?« fragte es von oben herab. Echo brauchte dringend eine neue Strategie. Sich eine einzige Ledermaus zu packen und sie vor den Augen der anderen ordentlich zu vermöbeln, das war der Plan gewesen. Ein Exempel statuieren, kurz und schmerzvoll, dann würden die anderen schon kuschen. Nun musste er sich eingestehen, dass es so einfach nicht laufen würde. Ganz und gar nicht. Er sah sich einer unbezwingbaren Übermacht ausgeliefert. »Na?« fragte einen der Ledermäuse. »Hattest du dir die Sprache verschlagen?« Echo versuchte, sich zur Ruhe zu zwingen, nur nicht die Nerven verlieren. War das eine Falle? Ein Ritual? War er vielleicht ein Geschenk von Eispin, eine Opfergabe an die Bewohner seines Dachstuhls? Ihm war völlig klar, dass er in einer Auseinandersetzung mit ihnen nicht die geringste Chance hatte. Sie würden sich vereint auf ihn stürzen, sich gemeinsam fallen lassen und ihn unter ihrer schieren Masse beerdigen wie unter einem ledernen Leichentuch. Sie würden ihre spitzen Zähne in ihn schlagen und ihn binnen Sekunden aussaugen. Nur eine blutleere Hülle, ein durchlöchertes Fell bliebe von ihm übrig, wenn er jetzt noch eine weitere patzige Bemerkung oder eine falsche Bewegung machte. Wo der Ausgang auf das Dach war, das wusste er nicht und der Rückweg war versperrt. Er war in die Falle gegangen wie eine dämliche Ratte, die ihre Pfoten nicht von einem Stück Käse lassen konnte. Frühstück auf dem Dach! Echo war selbst als Frühstück auserkoren worden. Wir erwarten eine Antwort, zischte es bedrohlich aus dem Dunkel. Echo musste sich sehr genau überlegen, was er als nächstes sagte. Wie redete man mit viel zu vielen Vampiren, die man gerade tödlich beleidigt hatte? Unterwürfig? Käß? Ehrlich? Verlogen? Das Einzige, was er wusste, war, dass er in seiner Ansprache auf jeden Fall der Schrexenmeister vorzukommen hatte. Wenn die Ledermäuse überhaupt vor irgendwas Respekt hatten, dann vor ihrem Hausherrn. Und jetzt fiel Echo wieder ein, dass jener ihn gebeten hatte, ihnen Grüße auszurichten. Wie gesagt, Eispin schickt mich, rief er. Schrexenmeister Eispin, euer Hausherr, der mächtige Eispin, unter dessen Schutz ich stehe, in seinem Auftrag bin ich unterwegs und ich soll euch von ihm grüßen. Echo versuchte, seine Stimme so selbstbewusst wie zuvor klingen zu lassen, aber es gelang ihm nicht. Ja, das erwähntest du bereits, antwortete eine Ledermaus. Das ist sehr großzügig von ihm, ergänzte eine andere. Großzügig? fragte Echo vorsichtig. Die Grüße? Inwiefern? Nicht die Grüße. Sondern? Sondern du. Ich bin großzügig? fragte Echo begriffsstutzig. Nein, es ist großzügig von ihm, dass er dich schickt. Wieso? Nun, wir hatten lange schon keinen Nachtisch mehr, der miauen kann. Ein höhnisches Gezischel erhob sich, das unter den Ledermäusen wohl als beifälliges Gelächter galt. Echo knickte instinktiv die Beine ein, unterdrückte aber den Impuls zu buckeln oder zu fauchen. Jetzt kam es auf das Gehirn an, nicht die Krallen, den feinen Unterschied nutzen, der einer Kratze von einer Katze unterschied. Denken statt Handeln, Diplomatie statt Krieg. Ein Nachtisch? fragte er, so früh am Morgen. Für uns ist es späte Abend. Wir machen die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht. Wir haben gerade eine festliche Blutorgie hinter uns, unter den Leuten von Sletvaya. Und jetzt kommt uns ein Nachtisch, gerade recht. Eine Ledermaus rülpste ungeniert. Echo duckte sich noch tiefer. Er war also tatsächlich eine Opfergabe. Nur deswegen hatte Icepen ihn gestern noch einmal aufgepäppelt. All das Gerede vom Messen war eine Täuschung gewesen. Er war nur ein Festberaten, den man noch einmal gestopft hatte. Ich verstehe, sagte er leise. Nein, tust du nicht. Niemand versteht die Ledermäuse. So ist es, Bruder, rief ein anderer Vampir. Niemand versteht die Ledermäuse. Niemand, niemand, niemand. Nun blieb Echo nicht mehr viel übrig, als Zeit zu schinden und zu hoffen, dass ihm irgendeine Eingebung oder ein Zufall zur Hilfe kam. Sollte er laut miauen, nach Eispin kreischen? Nein, dann würden sie sich unverzüglich auf ihn stürzen. Aber was sonst? In der Tierwelt gab es gewöhnlich nur zwei Möglichkeiten, wie man sich verhielt, wenn man einem gefährlichen Gegner gegenüber stand. Entweder man lief davon oder man griff an. Für Echo kamen beide nicht in Frage. Aber dafür hatte er eine dritte Möglichkeit. Er war sicherlich die erste von Schrexenmeister Eispins Opfergaben, die sich mit den Ledermäusen unterhalten konnte. Diesen exklusiven Vorzug galt es zu nutzen. Der Schrexenmeister ist euch was schuldig? fragte er. Werde ich deswegen geopfert? Was geht dich das an? giftete ein Vampir zurück. Nun, es ist nicht wirklich ein Trost, aber wenn ich schon sterben muss, dann wüsste ich gerne, warum. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Nun kommt schon, Leute, rief eine andere Ledermaus. Das ist nur fair. Wenn wir ihn schon kalt machen, sollte er wissen, warum. Wer sagt denn, dass wir fair sein müssen? Die anderen haben auch keine blöden Fragen gestellt. Die konnten ja auch nicht sprechen, sagte Echo schnell. Stimmt, 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 die Zustimmung kam von allen Seiten. Also, ist Eispin euch was schuldig? fragte Echo noch einmal. Hm, knurrte eine Ledermaus. Das wäre zu viel gesagt. Wir schulden uns gegenseitig nichts. Wir leben in einer Zweckgemeinschaft. Der eine gibt was, der andere gibt zurück. Beide Parteien erfahren dadurch einen Vorteil. Das ist interessant, antwortete Echo und stockte gleich wieder. Worüber unterhielt man sich mit Ledermäusen? Schon gingen ihm die Fragen aus. Aber sag mal, rief jemand hoch oben im Dachstuhl, wieso verstehen wir dich eigentlich? Wir haben noch nie verstanden, was eine Katze gesagt hat. Weil ich keine Katze bin. Ich bin eine Katze. Na, sieh mal einer an, rief eine Ledermaus. Ich hab gleich gerochen, dass da irgendwas faul ist. Mit mir ist gar nichts faul, fragte Echo zu widersprechen. Ich bin nur keine Katze. Ich bin eine Katze. Ich kann mit allen Lebewesen in ihrer jeweiligen Sprache sprechen. Tatsächlich? Du kannst wirklich alle Sprachen? Echo atmete tief durch. Das Gespräch war in Gang gekommen. Die Neugier der Vampire war geweckt. Jetzt galt es, sie aufrechtzuerhalten. Na, jedenfalls konnte ich mich mit jedem Tier unterhalten, dem ich begegnet bin. Auch mit Mäusen? Ich rede nicht mit Mäusen. Nicht? Ich könnte, wenn ich wollte. Aber ich tue es nicht. Warum nicht? Echo stutzte. Darüber hatte er noch nie nachgedacht. Dies war wirklich nicht der geeignete Augenblick. seine Mäusefeindlichkeit zu betonen. Er versuchte mit einer Gegenfrage das Thema zu wechseln. Was tut ihr denn so nützliches für Eispin, dass er euch dafür Opfer bringt? Er überlässt uns den Dachstuhl, damit wir etwas haben, wo wir im Dunkeln schlafen können. Woanders werden wir ausgeräuchert. Dafür quälen wir die Bewohner von Sledvaya ein bisschen. Trinken ihr Blut, pinkeln in ihre Brunnen, kacken in ihre Kamine. Ein paar Vampire lachten schaurig. Wir infizieren sie mit Krankheiten, damit sie schwach bleiben und sich nicht gegen Eispin erheben können. Das ist unser Teil. Wir sind Meister der bakteriellen Kriegsführung, Virtuosen der Infektion. Wir sind eine echte Pest. Wieder allgemeines Zustimm des Gezischel. Echo kam ein Gedanke. Die Ledermäuse schienen sich auf ihre Bosheit tatsächlich einiges einzubilden. Vielleicht konnte er hier einhaken. Ihr seid anscheinend sehr kreativ, was das Vertreten von Eispins Interessen angeht, sagte er. Das kannst du laut sagen, rief eine Ledermaus. Wir putzten uns die Zähne mit Unkenscheiße, bevor wir auf die Jagd gehen. Wir trinken aus Friedhofspfitzen, bevor wir in die Brunnen pinkeln. Wir beißen die Kühe in die Euter und vergiften ihre Milch. Jetzt verstehe ich, dass der Schrecksmeister euch so respektiert, sagte Echo. Ohne euch wäre nur halb so mächtig. Aber, er hielt inne. Was aber? Nichts. Das ist wirklich eine sinnvolle Zweckgemeinschaft. Jeder hatte etwas davon. Nur, er zögerte wieder fortzufahren. Nun rückt schon raus mit der Sprache. Was passt dir nicht? Echo räusperte sich. Naja, es ist schon toll, wie er all diese Krankheiten und Angst und Schrecken verbreitet und so. Sehr einfallsreich. Effektiv. Aber ich frage mich auch, einem Tyrannen dabei zu helfen, die Bevölkerung in einer ganzen Stadt zu unterdrücken. Ist das auch wirklich richtig? Ist das nicht vielleicht sogar falsch? Eine lange Pause entstand. Volltreffer, dachte Echo. Sie sind wie Kinder, die erst einmal darauf hingewiesen werden müssen, dass sie so etwas wie ein Gewissen überhaupt besitzen. Ist ja auch ein Wunder, wenn niemand mit ihnen spricht. Eine Ledermaus hustete trocken und sprach. Hör zu, Kleiner. Wir erzählen dir jetzt mal was über richtig und falsch. Wir erzählen dir was über Recht und Unrecht. Eine andere Ledermaus sprach weiter. Pass auf, wir schlafen am Tag und leben in der Nacht. Wir trinken Blut statt Wasser und wir sehen mit den Ohren. Ja, wir sehen mit den Ohren, übernahm eine dritte. Oben ist für uns unten und unten ist oben. Man findet uns hässlich und wir finden uns schön. Ihr findet euch schön und wir finden euch hässlich. Als würden sie eine Stafette weiterreichen, sprach nun jeweils eine Ledermaus einen Satz. Wundert es dich wirklich, dass wir eine andere Auffassung von Recht und Unrecht haben? Von gut und böse, von richtig und falsch. Wir sind Vampire, mein Lieber. Niemand versteht die Ledermäuse. Niemand, niemand, niemand. Falsch ist richtig und hässlich ist schön, kam es im Chor. Die Leute hassen uns, sie fürchten sich vor unserem Aussehen. Sie räuchern uns aus, wo sie uns nur finden können. Sie spannen Netze und schlagen uns mit Knüppeln tot, wenn wir uns darin verfangen. Das verstehen wir unter Unrecht. Niemand versteht die Ledermäuse. Niemand, niemand, niemand. Beizellis Gezischel erhob sich und veräppte wieder. Eispin hasst uns nicht. Er fürchtet uns nicht. Er stiftet uns einen Schlafplatz. Er sorgt für unser Überleben. Was sollen wir an ihm böse finden? Er kocht Tiere, warf Echo ein. Na und? Wer macht das denn nicht? Ich mache das nicht, antwortete Echo fest. Nicht? Du bist Vegetarier? Nein, ich bin kein Vegetarier, aber ich koche keine Tiere. Aber du isst sie. Naja, äh, hattest du einen Besitzer vor, Eispin? Das war eine alte Frau. Sie ist tot. Unser Beileid. Und? Hat sie ab und zu ein Tier gekocht und serviert? Ein Lachs vielleicht? Oder ein Hühnchen? Echo senkte den Kopf. Ja, schon. Und? Macht das deine ehemalige Besitzerin in deinen Augen zu einer bösartigen Person? Nein, musste Echo zugeben. Und du? Hast du das gekochte Tier gegessen? Ja. Macht dich das in deinen Augen zu einer bösartigen Person? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Du denkst anscheinend überhaupt nicht gerne nach. Hast du schon mal eine Ledermaus gefressen? Niemals, rief Echo entschieden. Und eine Maus? Eine Maus? Ja, schon. Aber keine Ledermaus. Hey! Maus? Ledermaus? Was ist der Unterschied? Allgemeines Gekeife erfüllte den Dachstuhl und Echo begriff, dass er nur immer tiefer in Schwierigkeiten geriet, wenn er sich auf ein derartiges Gespräch weiter einlallst. Diese Sorte von Mäusen war nicht auf den Kopf gefallen und es schien so, dass er vor seiner Hinrichtung zum Vergnügen der Vampire auch noch gedemütigt werden sollte. Das wollte er sich ersparen. Wenn es schon sein musste, dann sollte es schnell gehen. Jetzt hört mal genau zu, sagte er, gab seine kauernde Haltung auf und erhob selbstbewusst den Kopf. Es tut mir leid, wie ich mich benommen habe, als ich hier hereinkam. Ich hatte Angst und ich wollte das überspielen. Ich habe gedacht, ich hätte eine Abmachung mit Eispin, aber ich habe mich anscheinend geirrt. Ich habe euch nichts getan. Daher sehe ich auch nicht ein, dass diese Sache hier zum Tribunal wird. Also hört jetzt endlich auf, mich zu verhören wie ein Schwerverbrecher und tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich möchte euch nur noch darüber informieren, dass ich meine Haut so teuer wie möglich verkaufen und so viele von euch mitnehmen werde, wie ich erwische. Ihr mögt zwar viele sein, aber auch wenn ihr Blut saugen und fliegen könnt, seid ihr mit Verlaub letztendlich doch nur Mäuse. Eine gute Abtrittsrede, das konnte so stehen bleiben. Das mit den Mäusen im letzten Satz fand Echo am besten. Du hast eine Abmachung mit dem Meister? fragte nach einer langen Pause eine Ledermaus. Er hat ein Papier aufgesetzt, antwortete Echo. Ein Papier? Das ist ernst. Was meint ihr denn damit? Dass du definitiv eine Abmachung mit ihm hast. Das wirst du spätestens dann merken, wenn du versuchst, sie zu brechen. Welche Art war denn der Vertrag? fragte eine andere Ledermaus. Er will mir das Fett abkaufen. Du handelst mit Fett. Es geht um mein Körperfett. Du lügst ja wie gedruckt. Du hast doch kein Gramm Fett am Leib. Noch nicht. Eispin will mich mästen. Bis zum nächsten Vollmond. Dann will er mir die Kehle durchschneiden und mein Fett auskochen. Wieder wurde es vollkommen still im Dachstuhl. Keine Ledermaus regte sich. Echo hörte draußen den Wind pfeifen und mit den Dachschindeln klimmern. Er vernahm den Schrei einer Krähe. Er hatte völlig vergessen, dass es noch etwas anderes gab als das düstere Innere dieses Stachstuhls. Dann solltest du keine Zeit mehr verlieren und hinaus aufs Dach gehen, flüsterte eine Ledermaus. Echo glaubte sich verhört zu haben. Er durfte gehen. Die Ledermäuse waren jetzt vollkommen still. Ihr wollt mir die Erlaubnis geben, aufs Dach zu gehen? Na klar. Ist nie eine Frage gewesen. Ihr wollt mich nicht mehr töten? Das wollten wir nie. Du hast uns selber draufgebracht, dich ein bisschen zu veräppeln. Wir würden niemals jemandem einen Haar krümmen, der durch die Geheimtür kommt. Denn das bedeutet, dass der Eispins Gast ist. Außerdem bist du ungenießbar. Ungenießbar? Wie ist das denn? Echo war völlig verwirrt. Dein Blut schmeckt nicht. Woher wisst ihr das? Das können wir riechen. Dein Lebenssaft taugt nichts. Zu sauber. Zu wenig Blut. Fett. Du musst zwei Lebern haben oder sowas. Sag mal. Fragte die Ledermaus, die auch am Anfang des Gesprächs gesprochen hatte. Wie ist eigentlich dein Name? Echo. Das ist aber ein sehr schöner Name. Stimmt, 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 kam es von allen Seiten. Echo war vom plötzlichen Umschlagen der Situation noch völlig verdattert und rang nach Worten. Danke, sagte er schließlich und fügte hinzu. Und, äh, wie heißt ihr? Eine Ledermaus räusperte sich und krächzte feierlich. Mein Name ist Blut der Erste. Mein Name ist Blut der Zweite, rief die neben ihr. Mein Name ist Blut der Dritte, krächzte die Nächste. Mein Name ist Blut der Vierte. Mein Name ist Blut der Fünfte. Mein Name ist Blut der Sechste. Mein Name ist Blut der Siebte. Mein Name ist Blut der Achte. Mein Name ist Blut der Neunte. Mein Name ist Blut der Zehnte. Erst nachdem sich Vlad der Elfte vorgestellt hatte, begriff Echo seinen Fehler. Keine der Ledermäuse ließ es sich nehmen, ihren Namen aufzusagen und erst als Vlad der 2438. den seinen genannt hatte, trägten sie Echo, der mittlerweile vor Kohldampf fast verging, den verborgenen Weg hinaus aufs Dach. Untertitelung des ZDF, 2020